Und ihr meine Freunde, der Leichtumsechnung da ist und willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren neuen Video. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, hey Sturmwaffel, warum hast du denn so einen Hardcore-Weitwinkel und warum sieht das nicht aus wie sonst? Zum einen, weil ich gemerkt habe, dass meine Softbox nicht an war. Zum einen, weil das Licht nicht an war. Zum anderen bin ich jetzt wieder unterwegs und ihr wisst, was passiert, wenn ich Videos mache und viel zu tun habe nebenbei. Ich vergesse Sachen und jetzt habe ich meine andere Kamera nicht dabei und nur die Legerea hier. Und für die 70D, die da liegt, habe ich keine SD-Karte, weil die ist da drin. Egal, wir bleiben positiv, denn ich habe vor ein paar Wochen ein paar witzige Spiele zugeschickt bekommen. Und eins davon vom lieben Rahim und das nennt sich Go Bun Bun. Ich glaube, es ist ein Kinder-Lernspiel, aber das ist genau die Sachen, die ich brauche für mein Leben. Deswegen legen wir direkt los. Main Game. Let's do this. Let's do this. Was ist das hier? Tele-Television. Oh Gott. Okay, also ihr hört das gleich wie ich, ne? Das ist nur so. It was a sunny day in April. We are all in our little flat. In our house, yeah? My, my kiddies were on the table at the breakfast. What the fuck? I would like to eat too, but yeah, the fridge empty. Every, every num-num, nothing more to eat. Everything was bad. And this is my wife. This is my wife, Grace. And she said, she said, Go Bun Bun, go go go, go go, go go, go go, and get food, get food, fast, fast, fast. Was ist das so eine Scheiße? Oh, 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 I have to get food, fast, fast, fast. And this, that's it. And I was, I was, I was, I was, I was leaving my house and get outside and get some food. Yeah, and we were great. Ich brauche essen. Okay. Fun, 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 fun. Yeah, 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 yeah. Das ist so gruselig, man. Okay. Go Bun Bun, oder Fun. Fun. Was ist das? Was ist das? Was ist das? I like chocolate. Ich kann das nicht mal sprechen. Hi, it's me, Go Bun Bun. Okay. Go Bun Bun, go. Go Bun Bun, go. Was musst du überhaupt machen? Ich habe nie mein Tutorial, Leute. Hä? Was muss ich denn tun? Und er schlägt einfach aus. Ich hatte was. Warte, nein, nein, nein. Spring hoch, Bun Bun. Das ist okay, Bun Bun, wir kriegen das hin. What is my magic ball? Was ist das? Das ist doch, die Sonne. Was passiert? Dieses Spiel, Alter. Go Bun Bun. Okay, what's that? Was ist denn schon wieder mit dir los, Freddy? Diese Geräusche, Alter. Ich hole mir dieses goldene Ding. Der Problem. Elixir. Elixir. Hä? Was ist das? Keine Ahnung. Was ist das? Oh. Oh. Stop jumping. I want to eat carrots. Carrots star. Wie kommst du auf sowas? Rahim hat mir das geschickt. Ich kann mich nicht umdrehen. Dann wird jetzt wieder unhappy geguckt. Dann wird immer sauer, böse und dann fliegt. Hä? Jetzt die Milch. Da, Achtung. Milch. Hä, was ist das denn? Ich komme nicht mehr zurück. Ich kann nicht zurückgehen. Oh, was ist das? Oh, was habe ich gemacht? Hä? Jetzt hat er auf einmal so Bomben. Ich habe keine Ahnung, aber es ist sehr geil. Das ist mein Life. Kurz letzte Idee. Ja, das ist, äh, danke dir. Wünsch dir auch. Oh nein. Die Kommentare dazu sind einfach weg, Klasse. Das kannst du dir nicht aussenken. Das kannst du dir nicht aussenken. Okay. Let's see. Was ist das, Mann? Ey, ganz ehrlich, Leute. Ich weiß nicht, Rahim schuld. Voll Rahim schuld. Ich weiß nicht. Das muss ja irgendwas Asiatisches sein, oder? Ich kann wirklich nicht mehr. Mir geht es zunehmend schlechter mit diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie viel Spaß man hat. Alter, ohne Mist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt irgendwie schaffen soll. Ich weiß es nicht. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie man springt. Und zwar so. Wie das ist das? Mein Magic Ball. Mein Magic Ball. Was für ein Magic Ball, Alter. Was ist das für ein Game? Warum haben Hasen Magic Balls? Peng. Ja, geil. Und jetzt? Warum? Ich will den Carrots da. Nein, ich will... Ich brauche den Carrots da. Das sind Sachen, die kriege ich nie wieder aus meinem Kopf raus, Mann. Warum? Was muss ich denn hier machen? Ich kann doch nicht mehr was tun, Mann. Ey, es ist wirklich... Oh, da oben ist der Carrots da. Alter, komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Oh, oh, big problem. Also dieses Zurück... Man muss dieses Spiel nicht spielen. Ich kann nur meine Maustaste benutzen. Ich... Ich... Ich bin voll kohöverfordert, Leute. Ich wollte es auch voll aufwendig schneiden und so. Aber was willst du hier? So, ich bin wirklich... Ich bin... Ich bin in Schockstarre jetzt, glaube ich. Also ich glaube, ich bin inzwischen in wirklich einem Momentum, wo ich einfach nur noch ernsthaft geschockt bin. Ich dachte, er springt bei den Sachen zurück. Jetzt habe ich nur noch einen Carrots da. Ich spiele halt. Ohne Mist. Ich bin dafür eigentlich nicht bereit. Okay, let's see. Ich liebe Grace. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Familie. Hey, ohne... Ich kann es eigentlich... Ey, ich weiß nicht, ob ich überhaupt großartiges geschnitten habe hier. Es ist einfach... Ich glaube, man muss die Phasen miterleben, wenn ich dann irgendwas... Oh, warum schmeißt er das denn auf den Boden, Alter? Das sollte so ein Kinderspiel sein. Go, Ban, Ban. Go, go, go. Go, 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 alter. Ja, mach du mal. Warum ist das so nah dran jetzt? Warum ist das so nah dran? Können wir vielleicht nicht das so nah dran haben? Alter, go, Ban, Ban. Go, Ban, Ban. Go. Elixier. Elixier. Was macht denn jetzt das Elixier? Ja, auf einmal kann er alles komplett zertrümmen. Ein Hase, der... Ich weiß es auch nicht mehr, Leute. Ich... Keine Ahnung. Milk. Also, ich bin... Ich kann nicht mal mehr kommentieren, Leute. Es gibt wenige Sachen, die über mein komplettes Lebensniveau... Also, ich kann es nicht... Ich weiß nicht, wie ich... Was kann man da zu kommentieren? Wollt ihr noch ein Part davon? Von der Go, Ban, Ban, Fun-Reihe? Oder ein Fisch? Einfach das beste Spiel der Welt. Also, ich habe viel gespielt dieses Jahr schon. Das ist das beste Spiel. Wegen sowas, wisst ihr, wegen solchen Perlen... Kann man halt auch mal einen Web-Videopreis. Was willst du, Go, Ban, Ban? Warum? Ich brauche den letzten Carrot-Star. Ich will einfach nur sehen, wie meine Frau reagiert, wenn ich dir noch einen Star mitbringe. Komm. Was kommt jetzt runter? Ja! Alle Carrot-Stars! Oh, ich bin unbesiegbar! La, 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 la. Okay, vielleicht doch ein bisschen. Ohne Mist, Leute, wenn ihr nochmal Voice-Acting braucht, ne? Ruft mich an, ich mache das auch für Go, Ban, Ban. Ey, Ball. Was ist dieses Spiel? Das ist das lustigste Scheiß-Ding. Okay, let's see. Und jetzt kommt's. Und jetzt kommt's. Und jetzt alle drei. Super. Super gut, Go, Ban, Ban. Super gut. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Ein Abo, wenn ihr neunfalls wart. Sorry, wegen der Facecam. Muss heute die Negra sein. Ging. Tschüss. Äh. 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 Juhu. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.